Aeon bietet ein Zeitspendenprogramm, das jedes gespendete Lebensjahr großzügig vergütet. Wir können die Uhr zurückdrehen. Also werden wir so lange weiterforschen, bis nicht mehr das Alter und der Tod über uns bestimmen, sondern umgekehrt. Ihr Körper ist wieder jung. Ich sehe, die Verjüngung war erfolgreich. Wie würden Sie sich fühlen? Man nimmt die in ihr Leben weg und gibt's eine Milliardärin. Ich meine, wenn jemand gar nichts mehr hat außer seine Jugend, willst du ihm auch noch verbieten, davon zu profitieren? Those who make lifetime a commodity, make people a commodity. Die Bank will meine Frau 40 Jahre penden. Man muss doch irgendwas tun können. Gegen Sie, Frau Elena Thoma, ist eine Vermögenspendung verfügt worden. Ihre Höhe beträgt gemäß richterlichem Beschluss 38 Jahre. Sie haben mir Ihre Hilfe versprochen. Und wir wollten zusammen alt werden. Wir kriegen das hinter das. Das lässt sich umkehren. Die Frau hat dir 40 Jahre gestorben. Und wir holen uns jetzt wieder. Ich versuche Ihnen mitzuteilen, dass ich mit Ihnen auf der gleichen Seite stehe. Ich bin mir mitzuteilen, dass ich mitzuteilen bin. Du hast entschieden, dass dein Leben mehr wert ist als ihr. Die Jugend ist ... Es klingt so verführerisch, aber ... Where is my mind?